Nein, das ist nicht schlimm. Helge, das Schlimmste ist, wenn das Bier alle isst, das Schlimmste ist, wenn das Bier alle isst. Auf dem Zellplatz nicht frei. Vom Grill gibt's nur CO2. Dein Schädel brummt und tut weh. Wie 52 LKW. Am Klo musst du anstehen. Wie Laster auf der A10. Jetzt ein Bier in einem Zug. Das wär lecker und klug. Denn was ist das Schlimmste? Das Schlimmste ist, wenn das Bier alle isst. Das Schlimmste ist, wenn das Bier alle isst. Das Schlimmste ist, wenn das Bier alle isst.